Hallo Freunde, ich habe mir überlegt, wir werden in nächster Zeit mal ein bisschen was Neues auf meinem Kanal machen. Das tolle Konzept, mit dem wir uns hier die Zeit so wunderschön vertreiben, heißt ja Let's Play. Let us play, lasst uns spielen. Deswegen will ich jetzt in der nächsten Zeit mal ein bisschen mehr darauf eingehen, wo ihr Bock drauf habt. Und zwar will ich euch mal ein bisschen mehr zu Beteiligung animieren und werde dafür folgendes Prinzip verwenden. Denn das Pilotfolgenprinzip, wie es in Serien oftmals verwendet wird, soll heißen, ich nehme eine erste Folge auf zu einem Spiel, was ich eh spielen würde, wo ich Bock drauf habe, was ich aufnehmen könnte, wenn ihr das wollt. Und diese erste Folge werde ich hochladen und dann werde ich entscheiden anhand eurer Reaktion auf dieses Video, ob ich aus dieser Pilotfolge ein Let's Play mache oder eben nicht. Das heißt, schreibt fleißig Kommentare oder gebt einen Daumen nach oben, meinetwegen auch nach unten. Wie ich das bewerte, weiß ich noch nicht und das schauen wir mal. Und dann gucke ich, wie es ankommt und dann entscheide ich, ob das Let's Play weitergeht. Das behalte ich mir mal vor, weil ich will euch ein bisschen aus der Reserve locken. Mein Lohn und Brot für das Let's Playen, was sehr viel Spaß macht, ist aber trotzdem die Interaktion mit den Zuschauern. Das seid ihr. Und jetzt wollen wir doch mal schauen, ob ihr ein bisschen Bock habt mitzumachen. Und das testen wir jetzt einfach demnächst mal. Lasst euch überraschen, was kommt. Das wird ein Kessel buntes aus allen Genres, die ihr euch so vorstellen könnt, wo ich so Bock drauf habe. Und dann probieren wir das mal aus. Ich werde das in jedem Video auch nochmal in Textform einblenden, damit ihr genau wisst, was das alles zu bedeuten hat. Alles klar, Freunde. Dann danke ich euch heute fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.